Okay, haha, pass auf. Ja, wir waren stehen geblieben beim Sichtungslehrgang und haben Platz 2 abgeschlossen mit Exzellent. Wir gucken nochmal ganz kurz, wir haben aktuell 6.949 Follower und ich würde sagen, wir klicken auf weiter und gucken, wohin uns die Reise führt. Los geht's. Hi, die Agency hier. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right, we didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd, working class heroes and all that, eh? What do you draw? Er, design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Sicher doch, schweigen. Schön, sie zu sehen. Schön, sie zu sehen. Mr. Taylor, good to see you. You can call me Michael, alright? Such a polite young man, you bought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money. But you won't be getting as much game time. And it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Okay, sehr, sehr gutes Motto. Finde ich sehr cool, dass er sagt, dass größere Vereine zwar mehr Geld bieten, aber man dafür weniger spielt. Sieht man ja leider viel öfter. Ich sag nur Gomez. Ach, Quatsch, Gomez sag ich schon Götze. Bei Bayern mehr auf der Bank gesessen als alles andere, aber das ist ein anderes Thema. So, wir können zu Crystal Palace, kriegen Wochengehalte 6.575, okay? Vereinszielplätze 1 bis 6, okay? Steht irgendwo, wie oft wir spielen oder das wir spielen? Startelf, Boni, okay. Okay, wir gucken mal nach Gehalt. Was kriegen wir denn bei Chelsea? 7.000. Wir können ja eigentlich erstmal bei einem anderen Club anfangen. Die Frage ist, wo sehe ich eigentlich, warte mal, gegründet, nee, Startelf. Pokalerfolg, kriegen wir so viel. Aber hier ist eigentlich egal, wir spielen doch so oder so, wir können uns doch die ganze Zeit einwechseln, beziehungsweise, ah, ich gehe davon aus, aber wir wollen halt zu Chelsea. Nee, Leute, wir machen gleich Chelsea, nützt ja nichts, weil ich sehe hier auch gerade keinen. Ich kriege 400 pro erzieltes Tor, ja. 600 pro erzieltes Tor bei Arsenal. Ja, keine Ahnung, dann holen wir uns jetzt, äh, Vereinsziel ist Liga-Gewinn. Komm, wir gehen jetzt zu Chelsea, scheiß drauf. Warum soll ich jetzt noch eine ganze Saison bei einem anderen Club spielen? Es bleibt in der Familie, eh? Wer sagt, Romance ist tot? Ich werde die Kogs in meine Hand bringen und finalisieren das Papierwerk. Du verdienst das, Alex. Ich zeige Ihnen den Fans, was die Hunters draufhaben. Es ist nicht leicht, mit dir mitzuhalten. Die Hunters sind wieder da. Ich zeige Ihnen den Fans, was die Hunters draufhaben. Hunter erinnert uns, was ein Hunter kann tun. Und es wird sogar besser, junger Mann. Es scheint, dass du und dein Freund Gareth so ähnliches haben, wenn es zu Tieren zu finden. Keine Ahnung. Sehr schön, sehr schön. Okay, Social, wir haben 2700 Fans dazu bekommen. Stand da zumindest gerade. Okay, da haben wir unseren Manager. Können wir das eigentlich auch größer machen? Nein. Nach Verpflichtung wie Alexander und Walker bin ich überzeugt. dass die Saison für Chelsea besser laufen wird. Ich bin stolz auf dich. Mit dir schafft das Team, was es sich für diese Saison vorgenommen hat. Okay. Ich glaube, dass Alexander erneut eine nächste Saison für Chelsea. Okay. Unglaublich. Ich habe am selben Tag bei Chelsea einen Profi-Vertrag unterschrieben wie mein bester Kumpel. Das sind so die Posts, glaube ich, der Erwähnung. Ah, ich sehe schon. Chelsea gibt Alexander und Walker Profi-Verträge. Okay. Die Youngster Alexander und Real-Guts-Walker haben einen Profi-Tag bei Chelsea unterschrieben. Nachschub für die Ersatzbank. Ne, 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 Kumpel. Ich habe heute Sichtungslehrer gezeigt, was Sache ist. Selbstbewusstsein ist alles. Die Premier League kann kommen. Du bekommst demnächst wohl Angebote, Alexander. Na also. Wohltäter. Lol, der Danny Williams, den können wir überhaupt nicht ab. Naja, so, da haben wir unsere Erwähnung durch. Und ich würde sagen, wir klicken auf weiter. Ab geht's nach London. Guck mal, wir haben sogar eine Belohnung bekommen. Ah, die gucken wir uns. Gucken wir uns das gleich an. Komm, die gucken wir uns mal gleich an. Leihspieler-Set. Okay, cool. Aber das interessiert jetzt nicht. Das kommt später dran. Statistiken. Transfer, äh, Marktwert. Haben wir gerade 4 Millionen, äh, Pfund. Okay. Und wir sind hitzköpfig. Hahaha. Was sonst? So, guti. Dann würde ich sagen, äh, geht's auf weiter. Guck mal, wir können... Ne, wir müssen defensive trainieren. Trainingstag. Sehr schön. Cool. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber anscheinend, äh, müssen wir trainieren. FC Schelz, die Trainingsgelände. Oh Gott, die Mütze. Warte, ist das nicht so? Hat er mir gerade gerade schlafen? Ich meine, mehr so. Alles klar. Bunter. Walker. In du gehst. Gaffer? Verrückt euch, ihr Junge, ihr habt eine gute Chance. Ein bisschen anders aus dem, was du damals warst, äh? Manager für die Starten. Nicht erwartet, dass er ihn aus dem roten Karpett rauskommt. Oder fragt euch, wie ihr aufhört. Er hat bessere Dinge zu tun, als mit Jungen zu sprechen. Du musst mit mir verholtzen. Du bist jetzt in der großen Liga. Du musst deinen Spiel aufhören. Kein Problem. Legen wir los. Und ich werde alles geben. Ich werde alles geben. Wir geben das Klub alles, was wir haben, Herr Baller. Alles und etwas mehr. Ich werde alles geben. Meine Wunschung, ihr lads. Work as hard an getting to know your teammates als ihr in Training. A lot of different personalities on this team. Some big egos. Wir wollen uns in der Premier League sein. Wir brauchen Team Chemistry. No good just having 11 individuals out there. All right, get cracking. Training starts in 15 minutes. Und ich habe eine Pärie-U looking like ein paar Boyband Rejects auf meiner Pärie. Geh eine andere Richtung, die du brauchst, und es ist dieser Weg. In der Klinik. Okay. Wir werden dich nicht verletzen, Herr Butler. 14 Minuten. 15 Minuten. Der gefällt mir. Ohne Fleiß, kein Preis. All right. Bin ich echt gespannt, wohin uns die Reise führt. Ich kann mir vorstellen, wir müssen uns mit dem ein oder anderen noch anlegen oder... Ja. Wie ihr alle wisst, wir haben ein paar neue Jungen, die mit uns beginnen. Alex Hunter und Gareth Walker. Das bedeutet, dass ich es dir einfach auf den Rest nehmen werde. Ich will euch ein-on-one-drillen. Gallo, du nimmst Hunter. Bernard, du nimmst Walker. Mal sehen, was diese Jungen tun können. Guten Tag. Ich bin Lily, ich bin Toro. Welcher von euch ist Hunter? Ja. Die Jungen sind bereit für Schule. Ich bin bereit. Was? Mögen die Besseren gewinnen. Ich bin bereit. Wir sind bereit, wenn du bist, Humbres. und ich bin bereit für die Jungen. Ich bin bereit für die Jungen. Ich bin bereit für die Jungen. Das ist Spanisch, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Aber cool, dass die auch so'n Dialekt haben. Finde ich cool, dass die darauf geachtet haben beim Übersetzen. So, dann gucken wir mal. Geht das jetzt hier wieder los mit, äh, erster, zweiter, dritter und so? Training. Alex Attitude entwickelt sich durch seine Spielweise und deine Trainingsleistung. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald Alex' Gesamtwertung steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartig Spielereigenschaften freischalten. Okay. Oh, noch bin ich bei den Auswechselspielern. Sehr schön. Bei Reserve? Warte mal. Reserve sind ja die, die an sich überhaupt, äh, nur im Kader sind, wenn jemand, wenn Not am Mann ist und, äh, Auswechsel ist ja... Okay. Okay. Training beginnen. Ah, wir können, können wir noch was aussuchen, oder was? Tempotribbling. Oh, ne. Verteidigungs... Guck mal. Da können wir noch auf jeden Fall besser werden. Ballkontrolle. Oder machen wir bei... Ach so, das ist einfach beides. Okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Verteidigungsgrundlagen. Für den Zweikampf, für den Gegner aus. Ja, Kretsche, Zweikampf, alles klar. Kennen wir. Oh, jetzt muss ich ihm den Ball abnehmen. Haben wir. Oh. Haben wir nicht. Den haben wir. Ah, haben wir nicht. Ist gar nicht so einfach, die Ansicht. Gern mal ne Kretsche gewinnen. Äh, gut gemacht. Wir machen nochmal auf jeden Fall. Uuuuh. Sehr schön. Ah, wenn ich ihn noch wegschieße, dann krieg ich auch noch Punkte. Schieß. Sehr schön. Und den letzten kriegen wir auch noch. Uuuuh, den letzten kriegen wir nicht. Aber egal. Ah, das ist ne A. Kann ich mit Leben auf jeden Fall. Okay, Tempo-Dribbling. Dribbling mit R2. Uh. 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 Uh, da bin ich jetzt ausgekommen. Uh. 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 Oh, ich darf nicht ins Auskommen. Ah, jetzt hab ich mich von dem oben ablenken lassen. Ich hab die ganze Zeit hochgeguckt. Uh. 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 immer raus ist doch scheiße ich hatte dieses schnell dribbeln sowieso da war ein feier auch nicht gekriegt one f alter jetzt muss ich mir aber zusammenreißen scheiße leute ich glaube das war kackig lauf nicht raus und jetzt noch ein tor schade was nur ein c obwohl vorhin war es doch ein b oder krass das war jetzt voll der gute durchlauf aber ich muss glaube ich direkt über die pfeile laufen schade aber die mini games das ist immer so eine übungssache die musste irgendwie zehn mal aneinander machen finde ich und dann kannst du es gut an a und c naja aber wir wollen sie an die startelf schaffen bin ich der meinung ich weiß nicht wie ihr das seht aber ziel ist startelf dann alejandro alex beginnungslos maybe good to see you making friends hunter hey back chemistry between us the better we play just uh remember you're not gonna find everyone as gracious in defeat as toro it let's tombe and remember you want to be on the team you need to give your all every time you step on this training pitch especially you want to be on the pre-season tour now hit the showers so das lief doch schon mal ganz gut zum glück hatten wir netten einen netten mitspieler den toro und haben damit wieder einen tag abgeschlossen und sind wieder zurück im zimmer wir haben wieder follower dazu gekriegt wir haben wieder follower dazu gekriegt keine social nachricht oder würde ich sagen machen wir gleich auf weiter wobei ich will mal oben schnell auf einstellung gucken und spieleinstellung und wir gehen mal auf kamera wo das ist aber eigentlich umgestellt denn ich will das mal mit der biobro sicht versuchen hier können wir noch die tüde angucken ah dann können wir sachen freispielen oder was ich habe einen skillpunkt ah kretsche fairer zweikampf ok nice haben wir schon ein perk freigespielt jetzt also kommen ja auch perks zur sache spielen hier perks auch eine rolle einige tage später ja nicht saab kein die 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 alles die die Any offers? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mum. Yeah, I'll be able to toss. Oh. See? Watchbot. Hey. Hi, Mr Butler. Er, yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. Alright. Thanks. Well? Bei der Hand gebrochen. Yes! You did it, Son! You did it! Richtig gut. Irgendwo über dem Atlantik. Mate. Are you sure that's how it works? I don't know. Maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. Boys! What do you do with all your frequent flyer miles? It's not important. It's not important. I ignore it. I thought it would be... What was that? Genghis? Ignore the man. Only thing that matters is how we play on this tour. Yeah. Well, we better show him then, mate. Is that how you work it? Press the button. Not fair. Okay. Okay. Nettes Flugzeug auf jeden Fall. Business-Class. Wahrscheinlich auch noch Privatflieger, klar. Mannschaft, Privatflieger. So. Gucken wir mal. Wir haben wieder neue Social-Nachrichten bekommen. Super, dass Alexander und Blablabla in den Vorbereitungs-Tour von Chelsea ihre Chance bekommen. Fußball News, Football News. Die Youngster Alex und Walker bekommen bei der USA-Tour von Chelsea ihre Chance. Bekommen diese Chance noch zu früh? Nein, nein, nein. Die Tour will welche Vorbereitungen der Nachwuchs der Chance geben? Die Gelegenheit für Blablabla? Sehr schön. Die erste wichtige Tour für meinen Klienten Alex und Walker. Hashtag wertvolle Erfahrung. Gareth Walker postet. Hallo Nordamerika, freue mich, dass ich mit meinem besten Kumpel Alex Hunter bei der Vorbereitungstour dabei bin. Meine Mom schreibt, viel Spaß auf der US-Tour. Alex, Hallex, eine Bischung aus Alex und Hunter, Hallex. Zeige der Welt, was du drauf hast, okay. Goodie. Eigenschaften, Skillpunkte haben wir noch nicht. Einnahmen haben wir schon 15.000. Krass. Unten sehen wir sogar die Tabelle. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Weiter. Ab nach Seattle. Vorbereitungstour gegen PSG Paris Saint-Germain. Okay. Komm, das machen wir noch. Okay, und hier können wir wieder auswählen, ob als Team oder nur mit Hunter. Und ich würde sagen, wir spielen einfach erstmal nur mit Hunter. Wir gehen aber nochmal kurz auf Einstellung. Ist das noch alles so übernommen? Okay, 5 Minuten Profi, Geschwindigkeit normal, Ball Standard. Können wir noch einen anderen Ball nehmen? Okay. Können wir mal in den Kommentaren schreiben, welchen Ball ihr am besten findet? Ich nehme den ganz schlichten. So. Gut, die Leute. Aber, da ich weiß, dass so ein Spiel jetzt eine Weile dauert und wir nicht unbedingt überlänge haben wollen, machen wir hier einen Cut. Und wir sehen uns dann zu Party Nummer 4 wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Ciao.